Hey, hier ist Ronja und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben wir uns heute hier wiedergefunden. Ohne Haare. Ich weiß nicht, warum meine Haare wechseln. Meine Haare! Was seid ihr? Ich will keinen Heliohut kaufen. Wir sind in diesem übelst gruseligen Zimmer. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Meine Haare sind weg. Oh mein Gott, wir müssen die Kekse von unserer Großmutter finden. Ich weiß nicht, wie ich kann meine Haare finden. Oh mein Gott, immerhin ist mein Outfit noch da. Gefühlt komme ich viel zu gerne in eure Kleidung im Marketplace. Es gibt ja auch ständig so viel Neues. Und weil ich weiß, wie verlockend es sein kann, viel zu viele Robux für ein süßes Kleid auszugeben, habe ich was super cooles für euch in Vorbereitung. Und zwar einen super coolen Livestream diesen Sonntag am 25. Februar. Ihr habt die Chance, irgendwie zusammen zu spielen. Und ihr bekommt auch noch Limited Edition Items, die ihr nur an diesem einen Tag kriegen könnt. Ich freue mich super auf den Lounge und ich hoffe, ich sehe euch alle diesen Sonntag in Roblox. Okay, ich denke, wir müssen durch diese Tür gehen. Was ist die? Die ist verschlossen. Oh nee, warte, ich kann die aufmachen. Oh. Also die Tür ist auf jeden Fall zu. Was ist das? Dachboden. Okay, das ist aber auch abgeschlossen, oder? Komm ich hier durch? Hallo, Hilfe! Ich bin gefangen in so einem komischen Haus. Okay, kein Problem. Wir gehen jetzt runter. Da ist noch ein anderes Kind. Okay, wir gehen hier lang. Oh, das ist einer von diesen Aufzugstühlen. Okay, das heißt, hier wohnt auf jeden Fall eine Großmutter. Das heißt, wir sind im richtigen Haus, okay? Wir können die Kekse finden. Was ist das? Oh mein Gott, nein, da ist eine Zeit. Die Zeit läuft. Das ist kein gutes Zeichen. Hier ist eine Uhr. Tick-Tack. Oh, die hat irgendwas gerauscht. Ich bin so nervös. Ich kann das gar nicht. Ich kann das überhaupt nicht. Die Tür geht nicht auf. Hallo, bitte lassen mich durch. Okay, die rauscht auch. Ich will da gar nicht rein. Okay, hier sind noch mehr Leute. Das beruhigt mich. Kann ich was mit der Uhr machen? Nein. Okay, wir finden die Kekse, okay? Das ist gar kein Ding. Easy breezy. Ja, die Tür. Das ist geschafft. Wir sind jetzt in... Die Kekse. Oh mein Gott, die sind so groß wie mein Kopf. Wie mein großer, haarloser Kopf. Das tut so weh. Warum bin ich so ein Gleitleit? Glatzkopf. Na gut. Wir haben die Kekse. Oh. Give me those cookies back. Was? Was? Nein, 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 nein. Ah. Oh. Fuck. Ui. Ich war da nicht bereit für... Nein, nein, nein. Ich will dir nicht die Kekse wiedergeben. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oh mein Gott, die fangen mir die sau schnell. Wo sind meine Kekse? Was? Okay, sie sieht nicht richtig. Oh, die Tür ist auf. Dachbodenschlüssel. Ja, 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 ja. Oh, ei, 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 ei. Die atmet auch so hinter mir. Brownie ist coming to get you. Nein. Du kommst nicht, um mich zu holen. Der Dachboden war oben, oder? Muss sein. Muss sein. Dachboden ist oben. Das macht nur Sinn. Die kann vielleicht nicht so schnell hier hoch. Nein, die ist hinter mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so stressig. Hier, lass mich hoch. Bitte. Ah. Da sind Löcher im Boden. Oh nein. Hier ist es. Oh mein Gott. Das war so stressig. Okay. Ähm. So, wir sind, wir haben es auf dem Dachbodengeschäft. Leute. Was? Okay. Ähm. Die Kekse kosten mich fast mein Leben. Aber ich, ich, ich muss hier irgendwie weiter. Alter, was ist das denn für eine Großmutter? Was hat die denn für einen Dachboden? Da sind ja riesige Zacken unten. Oh, zum Glück aber. Aber ich glaube, die war nicht so schnell unterwegs. Die hatte so Krücken. Ich habe nicht so einen guten Blick erwischt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall weiter. Okay, kein Problem. Ähm, ist nur, ist nur, ist nur halt eine Sache, die mich halt umbringen könnte. Aber abgesehen davon, alles, alles cool. Ich lasse das andere Mädchen mal vor. Okay, ich glaube, ich glaube, das ist so ein Brechbrett. Nein. Oh, okay, wir spawnen hier. Okay, alles easy. Alles easy peasy. Das, äh. Das klappt ja prima. Ich bin so zufrieden. Wieso sind wir in diesem Haus? Was ist das? Warum ist hier so eine Puppe? Wo müssen wir lang? Okay, man kann auf diese Boxen, dann kann man auf den Balken und dann muss man hier lang über den dünnen Balken. Ey, ich habe so eine Angst, dass die Großmutter kommt. Ähm, Hannah folgt mir hier die ganze Zeit. Ich weiß nicht, warum sie die ganze Zeit... Meine Haare sind wieder da! Leute, ich bin gestorben. Aber zu welchem Preis? Denn ich habe nun wieder Haare. Ich habe so eine Angst, dass die Großmutter wiederkommt. Hier ist ein vernageltes Fenster. Okay. Hier ist eine Treppe. Alles klar. Äh, übrigens Leute, falls ihr euch fragt. Was ist los? Warum kamen so lange keine Videos? Es tut mir sehr leid, ich bin umgezogen. Das hier ist ein neuer Raum, wie ihr seht. Die Akustik ist vielleicht auch noch nicht die allerbeste. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe hier so eine Decke aufgehängt. Und dann noch eine über dem PC. Aber falls es ein bisschen rauscht, dann tut mir das sehr leid. Auf jeden Fall ist das die Erklärung. Aber wir müssen jetzt hier erstmal weiterkommen. Ich habe hier keine Zeit. Okay. Ich bin schon auf 410 Sekunden. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wahrscheinlich grottig schlecht. Okay. Hier hoch. Ich glaube, wir sind frei. Nein! Ich will doch einfach nur... Ich will doch einfach nur in Frieden sein. Ich will doch gar nicht... Ich will doch... Ich will kein Dieb sein. Okay? Es tut mir leid. Nein! Es ist so laut. Es erschreckt mich so. Es ist unfassbar. Jesus. Okay. Okay. Kein Ding. Okay. Wir müssen hier irgendwie einen Weg rausfinden. Aber wir müssen uns in diesen Dingern verstecken, oder? Sind wir hier heimlich? Ja. Nein, wir sind hier nicht heimlich. Alles klar. Okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir sind erfahrene Robloxer. Wir müssen hier einen Geheimgang finden. Es muss hier irgendwie rausgehen. Es kann ja nicht sein. Okay. Warte. War da in den Zaun irgendwas? Vielleicht in dem Grab? Wir müssen ins Grab. Okay. Nee, das macht Sinn. Warum? Warum macht der kleine Skelette-Kopf-Schnarch-Geräusche? Okay. Wir wollen uns damit nicht aufhalten. Es ist uns egal. Warum? Warum ist sie gestorben? Was ist passiert? Hannah! Komm zurück! Nein! Eieiei, das wollte ich nicht. Okay. Alles easy. Es läuft gut. Es läuft perfekt. Besser können sie nicht laufen, sage ich einfach mal so. Ne? Okay. Was ist das? Ein Knopf. Da müssen wir drauf. Jetzt fahren wir hier hoch. Mit dem... Alter, was hat denn die Großmutter da für ein System gebaut? Was ist denn das hier für ein Fahrstuhl? Warum? Wir sind doch nicht im Mittelalter. Wir sind auf irgendeinem Turm. Ich weiß halt nicht, wie wir hier rauskommen. Jedes Mal, wenn wir halt auf Reichweite der Oma sind, sind wir halt quasi mit einem Fuß im Grab. Wortwörtlich. Weil wir sind jetzt hier ins Grab gesprungen, um uns zu retten. Okay. Aber das ist alles easy, weil hier ist ja nur so ein Turm. Ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl, was die Skelettköpfe angeht, sage ich ehrlich. Weil, also, schnarchen sollen die nicht. Das ist nicht... Das ist nicht normal. Nein. Was ist das? Was bist du denn? Nein! Alter. Warum bin ich in die falsche Richtung gelaufen? Jesus. Okay, wir müssen hier raus. Okay? Wenn wir hier rausgehen, kommt dieses Zombievieh. Das ist aber gar nicht schlimm. Weil, ich habe persönlich halt nicht so eine Riesenangst vor Zombies. Ich glaube nicht, dass es die gibt. Okay. Großmütter gibt's. Zombies gibt's nicht. Das ist so ein bisschen meine Logik hier. Da ist noch eine. Oh mein Gott, sind das viele! Sackgasse? Bitte keine Sackgasse. Bitte keine... Es ist eine Sackgasse, ha? Kann ich... Kann ich sprinten? Ich kann sprinten! Ich glaube, meine Tastatur wollte davor nicht, dass ich sprinte. Aber das ging irgendwie nicht. Jedenfalls war ich extrem langsam. Aber so ist es ja okay. Okay, ich muss hier einen Ausweg finden. Ja! Leiter! Brunnen mit Leiter! Ich bin sicher! Mir kann nichts passieren! Natürlich. Natürlich. Lass mich rein. Lass mich rein. Alter! Wie kann es denn... Okay. Ja, du bist deine blöden Kekse! Ich verstehe. Du hast wahrscheinlich lange dafür gearbeitet. Ey, es macht ja Sinn. Ich würde es auch nicht cool finden, wenn jemand meine Kekse klauen würde. Aber bitte! Du musst ja nicht gleich so angreifend werden! Ich muss hier einen Weg rausführen. Oh, da! Da, 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 da! Und rein da! Okay! Alles easy breezy! Alles läuft nach Plan! Okay, wir haben, wir haben hier diese Kekse geholt. Und wir sind sicher. Irgendwas schnarcht hier. Aber das, das ist ein Problem für Zukunft, Ronja. Das ist, das ist kein Problem für mich jetzt. Das, das ist halt wahrscheinlich neben dem, äh, neben dem Dings, ne? Wo das Skelett geschlafen hat. Aber das ist, das ist alles okay. Ich muss hier hochspringen. Okay. Nein! Okay, ich sag, mit Mut kommt man hier durch. Es ist ja auch irgendwo eine Sache von, glaubst du an dich? Habe ich nicht genug an mich geglaubt? Das ist meine eigene Schuld. Da habe ich halt gedacht, okay, ich stürze gleich. Aber dann bin ich natürlich auch gestürzt. Das macht nur Sinn. Mit Schwung vielleicht. Ja! Okay, oben ist oben. Ey, das zählt. Äh, jetzt hier die kleine Treppe runter. Easy peasy. Ich wünschte halt hier wäre irgendwo so eine Art Checkpoint. Vielleicht ist hier einer. Wer weiß. Okay. Wenn wir durch diese Tür gehen. Wartet was auf uns. Ich bin mir so sicher. Ich bin mir so sicher. Monster. Skelette. Die Oma. Wenn ihr jetzt gleich, wenn wir da gleich durchgehen und die Stimme kommen. Give me my cookies back! Ich habe euch gewarnt. Keiner kann hier Jumpscare in die Kommentare schreiben. Außer halt für die Jumpscares davor. Aber ganz ehrlich, da wurde ich ja auch überrascht von. Also leiden wir gemeinsam, würde ich sagen. Was? Oh mein Gott, das ist ein riesen Procodes. Au! Okay, gar kein Ding, gar kein Ding. Sekunde. Ich mache das kurz. Ich, 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 ich springe kurz drüber. Das ist gar kein Ding. Eins, zwei, zack. Gar keine Herausforderung für mich. Okay? Jetzt hier abspringen. Zack, boom, back. Oh mein Gott, ist das eng. Hier, weiter durch. Okay, okay. Bitte, bitte, bitte. Ey, das Ding hat echt viel Dampf. Jetzt müssen wir hier lang. Hier hoch. Ziellinie. Und wir haben es geschafft. Und wir sind frei. Wir sind doch frei. Wir sind überhaupt nicht frei. Kommt gerade rein. What do you mean? Ich dachte, wir hätten es geschafft. Ich dachte, ich dachte, ähm, wir sind jetzt mit dem Scooter, sind wir jetzt in die Freiheit gerollt. Aber wir sind jetzt schon wieder in dem Haus von der Großmutter. Wie kann das sein? Wer hat das denn gebaut? Warum ist hier eine Falle mit einem Ball? Kukizuka. Nein, nein, wir müssen kämpfen. Wo ist die? Da. Okay, hier sind viele Großmütter. Aber wir müssen sie nur abschießen. Mit der Cookie-Kanone. Und das ist ja, also, das macht ja Sinn. Okay, ich hoffe, wir haben noch genug Schüsse. Gib mir die Cookies zurück. Ja, selber. Ganz ehrlich, vielleicht hättest du einfach mal ein paar mehr Cookies backen sollen. Wenn du die so lecker findest, dass du so aggressiv wirst. Oh mein Gott. Da. Die Leiter in die Sicherheit. Ah, falsche Seite. Nein, 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 nein. Falsche Seite. Wir sind nun im Haus. Okay. Zimmer. Gewinner. Das sind meine Cookies. Ich kann meine Cookies essen. Yes. In Frieden, Großmutter. Hier kommst du nie rein. Deine Cookies kriegst du niemals zurück. Denn sie sind köstlich. No, 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 no.